Hallo, ich grüße Sie. Im Video Wissensvermittlung in Luisenlund hatte ich auf der Basis von fünf Thesen argumentiert, dass ein zeitgemäßes Modell für die Vermittlung von Grundlagenwissen aus einer asynchronen Phase der digitalen Inhaltsvermittlung und Erschließung und einer synchronen Phase der Inhaltsvertiefung, genannt Seminar, in Präsenz besteht. Ein derartiger umgedrehter Unterricht funktioniert aber nur dann, wenn das gesamte Arsenal an digitalen Elementen über ein Learning Management System mit der Möglichkeit des Mastery-Nachweises als Inverted Classroom Mastery Model eingesetzt wird. Eine spezielle Betreuungsoption, die Studio Time, rundet das Modell ab. Damit ein solches Lehrkonzept auch in der praktischen Umsetzung gelingt, benötigen wir neu gestaltete Lernräume für das Selbstlernen, für die Studio Time und für das Seminar. Wir benötigen Räume für das selbstgesteuerte Lernen und Räume für die Kollaboration, wobei die Makerspaces, laborartige Einrichtungen, gerade in den MINT-Fächern besondere Beachtung verdienen. Mit klassischen Sitzreihenarchitekturen oder U-Form-Anordnungen ist da nichts mehr zu machen. Damit das alles wirklich gelingt, müssen wir darüber hinaus traditionelle Konzepte wie Vorlesung, frontale Wissensvermittlung, Hörsaal und Klassenzimmer und Lehrer als B-Lehrer aus unserem Denken vertreiben und durch neue Konzepte ersetzen. Und wir benötigen Lerncoaches, die nicht nur über Inverted Classroom Modelle reden, sondern sie auch leben. Erst mit einer neuen Semantik und einem neuen Mindset werden asynchrone Modelle der digitalen Wissensvermittlung gelingen. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Wissensvermittlung 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 Wissensvermittlung